Abschaffung der Studiengebühren als ein zentrales Thema, wo wir anfangs alleine gestartet sind, wo am Ende dann sehr viele dabei sein wollten. Ja, schwarz-gelb sogar am Rande einer Regierungskrise gewesen ist, weil sie es partout nicht zulassen wollten, dass es in Bayern keine Studiengebühren mehr gibt. Auch bei der Energiewende haben wir rechtzeitig erkannt, wohin der Hase laufen muss. Wir haben uns gegen die Atomlaufzeitverlängerung gewandt. Genauso beim Thema der Donaustauschstufe. Hier hat die CSU ja bis vor kurzem daran festgehalten. Wir haben immer eingefordert, den Hochwasserschutz nach vorne zu bringen und die Staustufe fallen zu lassen. Jetzt beginnt die Staatsregierung auf unseren Kurs einzuschwenken. Also wir sind durchaus die gewesen, die mit den richtigen Ideen reingegangen sind. Vielen Dank. Vielen Dank.